Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, einmal mehr sehr flexibel, ich sage immer noch, der Bauernkönig, der Markus Witter, hoch akzeptiert. Ich habe vor der Sendung noch etwas nachgefragt, ich bin eben nicht Biobauern, er ist ja quasi im Biobauern, er vertrete alle gleichermassen. Das habe ich wirklich bei guten Kollegen nachgefragt, es ist nicht irgendetwas, das hier ein kleines bisschen schön hätte, sondern es ist so, er vertrete alle. Im Moment, Markus Sitte, ist das ein kleines bisschen nötig geworden, es ist manchmal ein bisschen laut geworden. Ich habe hier mal zwei, drei Sachen noch kurz gelesen, ich habe mal gelesen, WTO und EU fordern, die Stützungszahlungen für den Agrarsektor zu beschränken. Dies geschieht einerseits im Interesse der ärmeren Länder, die volkswirtschaftlich in hohem Maße auf Agrarprodukte angewiesen sind und die Visen für den Import von lebenswichtigen Industriegüten erwirtschaften und so weiter und so fort. Und ich habe das gelesen, dachte ich, ja, jetzt kommt es dann, der Offenmarkt oder die Marktöffnung. Hast du das damals nicht erwartet, damals, als schon die Ernährungssicherheitsinitiative, quasi der Gegenvorschlag, angenommen worden ist und in Punkt 4 hat mich ja schon gesagt, man geht in die Richtung, bist du völlig überrascht von dieser Vorlage? Ja, mal von dieser Art und Weise, wie sie dorthin kam. Es ist ja so, dass wir bei Freihandelsabkommen immer sehr flexibel geschaut haben, welche Lösungen sind möglich. Die Schweiz hat schon 33 Freihandelsabkommen, mit der Landwirtschaft immer mehr, wenn ich grau involvierte, funktionieren. Und wir haben immer Hand geboten, um hier Lösungen zu suchen. Aber so, dass der Bundesrat eben gerade um 30 bis 50 Prozent generell will, den Grenzschutz reduzieren, das hat uns schon ein bisschen getroffen. Eben, also es war ein richtiger Schock, ist dort reingegangen. Und damals, im September, haben wir noch eine Frage, haben wir noch den Champagner entkorkt und haben gefunden, jetzt ist etwas passiert. Weißt du, ich habe dann gleich noch ein bisschen nachgeschaut, wenn ich jetzt hier so ein bisschen nachgeschaut habe, weißt du, da zum Beispiel die Schweizer Landwirtschaft, da steht da der Vorschlag, oder von der Gegenvorschlag. Die Land- und Ernährungswirtschaft muss sich auf dem Markt besser behaupten können. Du hast ja dort gedacht, hoppla, was kommt das an? Ja gut, das ist immer unser Ziel. Also der Markt, das sind für uns Konsumentinnen und Konsumenten und dass wir grundsätzlich die Produkte auch herstellen, die gefragt sind, die Konsumentinnen und Konsumenten wünschen, das ist für uns selbstverständlich. Für uns ist es aber wichtig, in der Schweiz haben wir natürlich, wie alle anderen, auch sehr hohe Kosten. Und da ist es für uns wichtig, dass wir eben auch diese Kosten tragen können. Und für das braucht es eben den Grenzschutz. Eben, und wenn der nicht da ist, dann hat man auch gleiche Spiessen, gell? Das ist richtig, ja. Auch mit den verschiedenen flankierenden Massnahmen. Weisst du, ich bin ja alleine, gell? Also das merkt ihr, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich bin ja eigentlich alleine. Meine Frau hinter der Kamera steht, die Kuntus, eine Bauernfamilie. Mein Schwager hat etwa 50, 60 Hektar im EU-Land. Er ist ein EU-Bauer, also da weiss ich ein bisschen, wie es dort geht. Also so viel besser ist es dann im Fall auch nicht, oder? Also auf das muss man nicht unbedingt hoffen, oder? Aber wer sich jetzt wirklich so interessiert, also warum hat man das mit euch dann nicht abgesprochen? Ja, der hat uns auch gewandert. Also in kein Wort, nichts? Nichts. Also mit uns hat man über die neue Strategie, ist ja eine Strategie, die der Bundesrat mit der Gesamtschau vorgelegt hat, nie geredet. Und darum sind wir auch sehr überrascht gewesen. Wir sind davon ausgegangen, gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung der USA, der EU, weil der WTO geht oder eben vor allem nicht geht, dass da der Bundesrat sicher das Abstimmungsergebnis sehr genau analysiert wird und dann mit uns da wird besprechen, was sind die Wege in Zukunft und wie kann man die Pläne vom Bundesrat landwirtschaftsverträglich auch umsetzen? Ich bin jetzt ein bisschen am Umsuchen. Ich muss noch etwas finden da. Ich habe nämlich hier, das ist glaube ich am Beitrag aus der Kiste draussen, also SDA, hat er irgendetwas gesagt, der zuständige Bundesratsschneider am Mann. Ich muss schauen, ob wir das da so draufkriegen. Und hätte dann eigentlich schon auch klar gesagt, wie das quasi aus seiner Sicht laufen sollte. Vielleicht hören wir noch ein kleines bisschen zu. Herr Bundesrat, durch Freihandelsabkommen will man den Markt für die Landwirte künftig weiter öffnen. Was bringt das den Schweizer Bauern? Ist das auch ein Angriff auf die Landwirtschaft? Das Wort Angriff will ich nicht hören. Das ist es definitiv nicht. Wir wollen die Landwirtschaft kompetitiv machen, damit sie mit in die Zukunft genommen werden kann. und sie in der Zukunft erfolgreich besteht, mit Qualitätsprodukten, mit hoher Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig sollen Landwirte die Umweltbelastung senken. Widerspricht das nicht der Marktöffnung? Nein, das muss der Marktöffnung nicht widersprechen. Man kann Märkte öffnen und gleichzeitig Belastungen reduzieren. Das hat auch etwas mit Vorschriften zu tun. Wir werden den Vorschriftendschungel etwas ausholzen müssen, damit wir die Kosten reduzieren können, die Effizienz steigern können und letztlich auch, wenn es dann am richtigen Ort gemacht ist, Stickstoff oder was auch immer, muss die Belastung reduziert werden. Also, es gibt jede Menge Aufgaben zu lösen. Ich freue mich darauf und ich will das im Dialog tun. Und der Bundesrat will das im Dialog tun. Da müssen wir schnell unterbrechen. Also, im Dialog tun, hat er gesagt. Also, kein Dialog, da halten wir noch mal fest. Das ist richtig. Wir konnten über die gesamtschau, über die neue strategische Ausrichtung nicht vorher reden. Wir hätten ihm sicher auch die richtigen Fragen gestellt. Der Bundesrat ist ja in verschiedenen Bereichen auch ein bisschen im Abseits jetzt, wo er auch probiert, zu relativieren. Wo er vielleicht auch gemerkt hat, dass er falsch liegt in seiner neuen Strategie. Und wenn er mit uns vorher geredet hätte, hätte ich mir ihm das ja gesagt. Oder schau auf das und das und das und das, musst du noch besser abklären. Und das hat er nicht gemacht. Also, das Gefühl hast du schon gemerkt? Ja, er hat gerade im Parlament, wo wir die Initiative für Ernährung und Souveränität in der Wintersession diskutiert haben, und hat er probiert, um wirklich zurückbuchstabieren, relativieren. So wie es denn dem Bundesrat geht ja nie einem Fehler zu. Das mache ich jetzt nicht. Aber sie probieren jetzt, um relativieren. Sie sagen, man hätte es falsch verstanden. Sonst wäre es falsch interpretiert worden. Dass sie gerne nicht die Meinung sind. Das ist ja so ein zurückbuchstabierender von einem Bundesrat. Wir lesen mal weiter. Also, ich versuche wirklich, objektiv zu sein. Aber wenn ich das höre und der Bieter geht es so wörtlich anhören, muss man ganz genau hören, welche drei Punkte das am Schluss noch erwähnt. Bauern klagen oft über tiefe Milchpreise. Was wollen Sie machen, damit es doch noch attraktiv ist, ein landwirtschaftliches Unternehmen zu führen? Mehr staatliche Subventionen? Nein, die staatliche Subvention kann nicht das allererste Rezept sein. Es geht darum, dass wir die Marktorientierung verstärken. Das heisst dann mit anderen Worten, die Betriebe produzieren das, was der Konsument haben will und dafür zu bezahlen bereit ist. Es geht darum, dass wir diese Marktorientierung kombinieren mit der Ressourceneffizienz, das heisst mit Belastungsabbau, mit Kostenabbau, mit Entbürokratisierung. Und der dritte Pfeiler im Dreieck ist der Pfeiler des Unternehmerischen. Wir wollen den Landwirten wiederum mehr Freiraum geben, damit sie sich entwickeln können, damit sie grössere Flächen mit weniger Motorisierungskapazität bearbeiten können. Ich weiss, es gibt hunderttausend Möglichkeiten. Der einzelne Bauer muss dann sein Rezept finden und er wird das auch finden. Ja, also, ich weiss nicht, wie es auch ingeht, aber ich habe es extra aufgestellt, was er gesagt hat. Also, ich kann davon ausgehen, dass das, was man hier sieht, wirklich wird, was so gesagt wurde. Er sagt zuerst einmal, klar, man könne nicht noch einfach an die Direktzahlungen. Eben, an der Subventionierung sieht nicht das erste Rezept. Er sagt nachher, Marktorientierung verstärken. Er sagt nachher, entbürokratisieren. Er sagt nachher, unternehmerisch ist das Denken. Ich denke, bei diesen drei Punkten liegt alles bei dem Landjahr selber. Richtig. Das würde ich auch gerne kritisieren, was er hier sagt. Er wählt einfach völlig die falschen Instrumente, um diese Ziele zu erreichen. Wir wollen unternehmer sein, wir wollen marktorientiert sein. Wir sind auch bereit, uns wirklich auf die Bedürfnisse der Konsumenten einzustellen. Aber die Instrumente, die er wählt in seiner Strategie, sind natürlich völlig falsch. Wir blenden aus, dass wir in der Schweiz natürlich ganz andere Kosten haben, um Lebensmittel zu produzieren. Das gerade im Benachbarten Österreich, wir haben ja hier nahe an der Grenze. Die Grundregel ist, wir haben über 50% höhere Kosten für Gebäude und Maschinen. Die Lohnkosten, die wir haben, zum Beispiel im Gemüsebau, sind auch etwa rund 40% höher. Und wenn wir eben die Differenzen haben, die gehen nicht weg. Auch wenn wir jetzt den Grenzschutz abbauen. Du kannst in der Schweiz nicht mehr konkurrenzfähig sein. Da, wo er immer sagt, kompetitiv, das klingt auch sehr gut. Also wettbewerbsorientiert. Ja genau, wettbewerbsfähig auch. Und das kannst du eben nicht sein, wenn du Kosten nicht runterbringst. Und darum hinkt auch immer der Vergleich zu Österreich. Er sagt immer, Österreich ist im 95% in die EU-Beitrete. Das ist richtig. Aber die haben dann eben nicht nur EU-Preise bekommen, sondern vor allem auch EU-Kosten. Und das ist entscheidend. Nicht, was du einnimmst, sondern was du wieder davon musst ausgeben. Hast du einen Sinn? Ich bin jetzt so ganz begreifend. Auf der einen Seite will er jetzt den Markt öffnen. Aber dann gibt es am Schluss x flankierende Massnahmen, die man dann vielleicht machen muss. Und auf der anderen Seite aber wieder die Lohnkosten will man dann gleich wieder stützen. Das ist wie ein Umschraubel auf verschiedene Richtungen. Und also eine Führungslosigkeit. Oder sehe ich das jetzt verkehrt? Für mich ist das ganz ehrlich gesagt, wenn ich das als Laie anschaue. Ich bin Laie. Eine völlige Führungslosigkeit. Ja, vor allem erzieht die Zusammenhänge nicht. In der Schweiz müsste man von einem Problem reden für Konsumenten. Gerade auch, wenn die landwirtschaftlichen Produkte zu hoch wären, zu teuer wären, wenn der Konsumentenräte viel ausgibt. Aber wir geben in Europa weit am wenigsten aus, von einem durchschnittlichen Einkommen. Das sind noch 6,3%, die von einem durchschnittlichen Einkommen für Lebensmittel ausgeben. Da hat niemand in Europa. Das ist auch mit unseren hohen Lohn zusammen. Das ist schön so. Und auf der anderen Seite haben wir von einem Konsumentenfranken den Bauern noch 25 Kronen. Das heisst, mit diesem Konzept, das er hat, würde die Lebensmittel vielleicht 5, 6, 7% billiger, wenn es Verarbeitung und Handel auch bis zum Konsument weitergeht. Die Bauern könnten aber noch mal leben. Und auf der anderen Seite möchte die Mehrwertsteuer erhöhen, um dann die Zoll- und die Versteigerungserlöse, die es bei dem Import zu kompensieren. Dort sollten die Konsumenten wiederzahlen. Es ist also wirklich konzeptlos und eben nicht durchgedenkt. Und ich habe so festgestellt, auch an Zleihe, also ein Unternehmer oder ihr als Bauern könnte den Markt nicht steuern. Also der Markt wird sicher nicht durch euch steuern. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Also Wildbebruck, die werden von den Käufern gekauft und das wird als Kauft im Laden drin ist. Also das können die nicht steuern, der Markt. Nein, wir probieren uns vor allem auch mit unserer Produktionsweise auch diesen verschiedenen Gändern, auch gesellschaftlichen Trenden anzupassen. Ich möchte daran erinnern, heute haben wir ja sehr viele Produkte, die vor 20, 30 Jahren weniger der Fall waren. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Biobereich denke, aber auch natürlich auch die Weidefleisch, die heute auf den Tisch kommt. Und viele Bauern, die in Nischen auch tätig sind. Die Landwirtschaft hat sich sehr stark gewandelt die letzten 20, 25 Jahre, auch in Richtung naturnahe Produktion, Biodiversität, Nachhaltigkeit. Da sind wir sehr erfolgreich auch unterwegs. Das schätzen die Konsumentinnen und Konsumenten auch. Aber für das müssen wir gewisse Grundlagen haben. Und die Schweizer Landwirtschaft hat natürlich einen anderen Auftrag, als zum Beispiel jetzt die Industrie, wo der Bundesrat Schneider Amann herkommt. Wir haben bewusst viele Verfassungsartikel heute, reint die mit Landwirtschaft, 104 und 104a Ernährungssicherheit, wo das Volk gesagt hat, wir wollen bewusst in die Schweiz... Ja, aber Gesetz wollte man keine machen. Das hat es schon damals gesagt, das Ausgestaltete von Gesetzestagen muss man reinher schieben, oder? Richtig. Da ist doch so sicher, dass es schon etwas geschmeckt, du bist schon ein gewiffter Politiker. Ja, für die Landwirtschaft haben wir natürlich das Landwirtschaftsgesetz, das greift. Aber da ist ja auch, dass die Schweizer Bürgerinnen und Bürger Landwirtschaft wollen. Und wenn die Lebensmittel eigene da regional und für damals gewisse Rahmenbedingungen gesetzliche Grundlagen haben, dass das überhaupt funktioniert. Ich muss es einfach gleich auch Ihnen mal etwas zeigen. Also nicht darüber denken, der redet jetzt da auch noch einfach so. Also, er ist wahrscheinlich nicht mehr gerade immer zu Hause auf dem Hof, aber es gibt auch bei der Internetseite noch etwa 20% Segen auf dem Hof. Das ist noch auf jeden Fall. Richtig. Das ist noch, gell? Und dann hat er natürlich einen Haufen Helferinnen und Helfer, gell? Darf man Familie zeigen? Ja, ja, auf jeden Fall. So gut, dann probieren wir das mal, oder wir das einkriegen. Der ist grösser geworden. Das ist die Heidi, gell? So. Ja. Das ist also die Heidi mit der Tochter der zwei Söhne, gell? Die ist ja 5 Jahre alt, alle sind Grosstöchter. Er ist 22, der Sohn 20 und der Kleine 7, 10. Also der Jüngere, ja. Du bist im Ruppen, du bist im Biobauer, aber du bist Nachwürdig, ein Familienmensch, wenn es dir irgendwie möglich ist, gell? Ja, und ich habe natürlich auch mein Büro zu Hause. Also ich bin im Krasgex, dann habe ich richtig Stoss auf mit dem Betrieb. Und ich probiere wirklich, wenn es geht, zu Hause ziehen, beide Junioren sind in der landwirtschaftlichen Ausbildung. Das hast du einfach geschleichelt, das ist ein Pressefoto. Oder bist du jetzt mal im Stall? Mal, mal, mal. Du, ich bin in den letzten vierten Tagen der, der alle gemolken hat am Morgen und auch probiere eben halt, gerade jetzt die Jungs, die in der Ausbildung sind, die auch mitzunehmen. Und das ist ja auch gesagt, dass natürlich Landwirtschaft etwas ist, das auch für den Präsidenten vom Bauernverband in der Praxis wichtig ist. Da haben wir den Stall. Wie viele Kühe hast du? Da sind 22, die Tonne Melken und die Galt, also die, die vor dem Kälbler sind, die wir nicht melken, und die sind jeweils im Rinderstall, der ist ein bisschen weiter runter gegen das Dorf in der Vorstelle. Und dann habe ich da den Blick gesehen. Was hast du dich da gedacht? Gott, hilf, was kommt da wieder von Bern? Ja, grundsätzlich, das war sicher ein Referat, das ich hatte, das ich irgendein Thema im Kopf hatte. Ja, ja. Auf jeden Fall ganz eindeutig, also gut, es ist auch etwas Schönes, wenn man so anschaut, dass das so etwas das, was du dann oben siehst, wenn die anderen im Nebel unten sitzen, wenn du dann dort oben wärst, aber erstens meistens im Nebel unten dann etwas bei anderen Terminen, oder? Ja, vor allem, heute findet da vieles natürlich in Bern statt, oder in Brücken, oder gerade die Referate, die habe ich nicht irgendwo in der ganzen Schweiz, und für uns ist es wichtig, dass wir da sind, auch in den Kantonen, in den Regionen, bei den Leuten, die die erzählt haben, und auch immer wieder informieren. Jetzt möchte ich noch mal ein Bildchen zeigen. Ich frage mich immer noch, wie der Schneidrauma am draufgekommen ist, und das möchte ich es noch mal schnell zeigen. Bauern werden nicht mehr reichen, im Eko ist das gekommen. Jetzt weiss ich nicht mehr, wie heisst der Lippkapp, der Moderator, ich finde das noch eine gute Sendung, oder? Ja. Ja, was heisst du dazu? Ja, grundsätzlich ist natürlich das Eigenkapital im Betrieb in der Altersvorsorge. 80% der Bauern haben keine zweite Säule. Bei uns hat sich das noch nicht durchgesetzt, und das Geld wird immer wieder in den Betrieb reinvestiert. Der Betrieb wachsend gerade in den letzten Jahren, das war auch da, was natürlich die Folge des Strukturwandels ist. Wir haben durchschnittlich über 1'000 Betriebe, die im Jahr aufhören, die anderen werden grösser. Das zeigt natürlich das Bild, dass eben wieder investiert werden in Gebäudemaschinen, auch in das eigene Wohnhaus. Das ist die Entwicklung, die wir haben. Und eben das Eigenkapital ist ja noch keine Auskunft über wirklich den Verdienst von einem Bauer. Nein, das zeigt vor allem die Investitionstätigkeit, die läuft, dass man eben grösser geworden ist, dass der Bauer immer wieder auch mal neue Gerätmaschinen kaufen muss. Das ist das, was er dann amortisiert hat, das, was dann auch bleibt auf dem Betrieb und das ist ein Teil von der Altersvorsorge, der sehr wichtig ist. Weisst du, ich möchte noch so ein bisschen, man hat es tun, vielleicht hat ein Artikel da oder eben die Forderung von WTO und EU der Bundesrat irgendwie dazu gebracht und vielleicht sind es so Zahlen, die dazu gebracht hat. Oder man hat ja immer gesagt, die Landwirtschaft, das ist jetzt einmal 16 Franken in der Stunde, jetzt mal nach Kaffee, 32'000 im Jahr oder so, das ist immer gesagt, eine kleine Verdienst. Auf einmal das letzte Jahr ist in einem Medium geistert, jetzt ist es aber einiges mehr. Also es sind ja Medienmitteilungen, die vielleicht so etwas könnte so ein bisschen ein Katalysator sein. Also eine durchschnittliche Landwirtschaft von der Familienarbeitskraft ist in der Schweiz etwa bei 47'000 Franken Jahresverdienst. Bei 2600 Stunden, das ist immer noch der Ansatz, wo wir rechnen. Normalarbeitsvertrag, die 1920. Nein, nein, 2600 ist da, was wir einsetzen. Und da ist der Verdienst sicher nach wie vor bescheiden. Das tun wir ja nicht rügen, wir haben ja grundsätzlich mit dem kommen, wir kommen mit dem in Gang, wir haben vielleicht Milch und Zucker, die ein bisschen Probleme sind. Aber das, was der Bundesrat vorstellt, ist natürlich jetzt eine Einkommensreduktion von den 2,9 Milliarden, die alle Bauern und Bäuerinnen miteinander verdienen. Vor rund 600 Millionen weist er selber aus. Das ist fast ein Viertel. Und da wollen wir uns natürlich genau am Treffen. Und von dort weg nach unten und vor allem, wenn er es lösen will, das ist das, was uns erschüttert hat. Ja, nochmal ein Filmchen. Ich muss das da ein bisschen mit dem Filmchen so ein bisschen belegen. Das ist übrigens von 2010, das Filmchen, 2010. Und Landwirt gesagt hat, also, ja, Futtermittel wären vielleicht billiger, die Investitionen würden bleiben, bei einer Markteöffnung wäre es sozusagen so, dass die Verdienstung auf die Hälfte sinken würde. Und das ist 2010. Zum Einstieg ins Thema Marktliberalisierung in der Schweiz ein kurzer Blick in eine Landwirtschaftsrealität ausserhalb von unseren Grenzen. Das ist ein Melkstand von einem Milchproduktionsbetrieb in Neuseeland, wo einem von den grössten Milchverarbeiter auf der Südinsel gehört. Die 800 Kühe werden von drei Mannen betreut. Täglich nimmt auch der John die Zitzenbecher 1500 Mal von jedem Uter ab. Für ihn ist das ein Sögening Job, eine Arbeit, die ihn krank macht, wie er selber sagt. Und das hier ist ein Legehennenbetrieb mit zweimal 10'000 Tiere in Kanada. Diese Eier werden als Bio-Eier vermarktet, weil die Hühner auf dem Stallboden und nicht wie in den Stallungen neben der Hatsue in Batteriekäfige gehalten werden. Allerdings wird keines von diesen Biotieren sich jedes an der frischen Luft und bei natürlichem Licht aufhalten können. Und 50 Kilometer neben der Hatsue entsteht gerade ein neuer Säustall für 3000 Muttersäuen. Auslauf ist da kein Thema. Ja, und auch das ist im Ausland eine Realität. Kühe mit kupierten Schwänze um die Melchhygiene zu optimieren. Es ist kein Geheimnis. Da wird günstiger und mit weniger Vorschriften aber auch mit einer anderen Moral gewirtschaftet. Und das ist der Betrieb von Franz Hagebuch unter Esther Träsch in einem Weiler von der Rüstaler Gemeinde Rottenschwil. Mit 25 Hektaren landwirtschaftlicher Nutzfläche und 200 Monimastplätze heute ein veritabler Hof. Im Acker haben wir Mais, Weizen, Gerste, Gras, Zwischenfutter, wir haben vier Hektaren Hördöpfel. Aus der Sicht von einer weltmerzorientierten Landwirtschaft hätte der Betrieb in der heutigen Form im besten Fall noch einen Freizeitcharakter. Bei einer Grenzöffnung wird sich der Erlös trotz tieferer Futtermittelkosten aus der Rindermast halbieren. Ein ähnliches Szenario wäre auch beim Acker- und Herdöpfelanbau anzutreffen. Das Dilemma für die Bauern ist, dass die Produktions- und Investitionskosten weitgehend auf dem hohen Schweizer Niveau bleiben. Darum ist eine zukünftige Wachstumsstrategie z.B. bei der Rindermast für Franz Hagebuch problematisch. Das ist sehr schwierig, weil die Investitionssicherheit nicht gegeben ist. D.h. ich weiss nicht, wie sie fünf Jahre ist, kann ich die Sterne amortisieren oder nicht. Schon heute wollen bis Hagebuch Käufe wie der Feedboy gut überlegt sein. Auf der anderen Seite sieht man durch die Einkommensgenerierung aus der Paranlandwirtschaft, was übrigens auf dem Betrieb des Hagebuch bereits gemacht wird, gewisse Zukunftschancen, weil der Hof in einem Naherholungsgebiet liegt. Für unsere Betriebe könnte man sicher vorstellen, dass man im Tourismussektor etwas machen hier an den Häusern und viele Naherholungssuchende haben. Doch auch Alternativen zum Bauern wären für ihn ein Thema. Und das Letzte wäre natürlich auch ein geordneten Ausstieg, wenn man so will. Das ist auch immer eine Strategie. Wenn wir eine gute Ausbildung haben, wenn wir eine gute Ausbildung haben, ist auch ein Leben ausserhalb der Landwirtschaft absolut denkbar. Und da ist natürlich ganz wichtig, wir haben immer, immer ein grosses Privileg, und wir nicht vergessen dürfen, wir nicht privilegiert in relativ günstigen Häusern, man muss den Boden nicht kaufen. Also von dem her bleibt es weiterhin ein Trumpf. Trotzdem, nach wie vor ist ein potenzieller Schweizer Markt mit einer grossen Kundschaft, die hochwertige inländische Nahrungsmittel schätzt und konsumiert, vorhanden. Die Wertschätzung der Bevölkerung für eine ökologische Kultivierung von Tier und Pflanzen ist auch beim Franz Hagebuch festzustellen. Ich komme selten als Kompliment für ein schönes Weizenfeld oder Gerstenfeld, aber wenn die Ökoflächen schön blüht, haben sie nichts, also sehr freut, es wird auch gut gesehen und geschätzt. Ich bin selber überrascht, was für ein Sechgo das zum Teil auslöst. Die Erfolgsstrategie vom Betrieb des Hagebuches beruht heute schon aus der Einkommensschöpfung von mehreren Betriebszweigen. Ein Volk aus der Rindfleischkrise von 1991, die damals ein tiefes Loch in die Betriebskasse gerissen hat. Darum investieren die Bauernleute in neue Möglichkeiten, die im Einklang mit der persönlichen Motivation stehen. Doch dem sind auf dem Familienbetrieb Grenzen gesetzt. Der Tag hat einfach 24 Stunden und die Woche hat 7 Tage und dann hat man eine Familie nebendran und sonst noch vielleicht noch das eine oder andere Interesse hoffentlich und das kann dann schon sein, dass es mal zum Bumerang wird und dass man einfach zu viel aufgeladen hat. Und noch etwas, nicht alle Schweizer Betriebe können in diesem Umfang von Möglichkeiten schöpfen, wie das hier der Fall ist. Sicher einzelne können die Nisten besetzen mit der Folge, aber wenn einfach hunderte Männchen wo ich irgendwo etwas anders machen sollte, dann ist das extrem schwierig und das wird nicht einfach so möglich sein, sondern es muss, wenn nicht grosse Abfederungen auf den Bund kommen, dann geht es auch ab, auf Deutsch zu sein. Eine übermässige Öffnung der Grenzen würde die Zukunft der Schweizer Familienbetriebe infrage stellen. Ein Bild, wo im Wohlfahrtsstaat Schweiz nicht zuletzt auch international, imagemässig ein Fragezeichen aufsetzen würde. Was sagst du dazu, zum ersten Teil des Films? Wer ist denn die Nahrungsmittelproduktion auch so? Ja, also grundsätzlich ist es sicher sehr industriell, gerade die ganze Produktion, die wir haben, in grossen Teilen der EU, aber vor allem auch wenn man die Märkte anschaut, in der USA oder gerade auch Brasilien. Also da, wo sich in die Richtung verschiebt, die Frage ist, wie die Vorschriften sich bei uns entwickeln wollen. Es ist wahrscheinlich ein Szenario, die Schweiz, aber die Kosten bleiben hoch für die Investitionen, dass sehr, sehr viele Bauern aussteigen wurden, neben den Werbesbetrieben, dass da irgendwo nur noch ein Hobby wäre. Das wäre eine, die Tendenz, die viel mehr Import von Lebensmitteln kann. Die Schweizer Produktion würde deutlich zurückgehen, auch mit der Auswirkung auf Verarbeitung und Handel. Wir haben immer noch rund 400'000 Arbeitsplätze, Landwirtschaft 160'000, vorgelagert 50'000 und nachgelagert 200'000 Arbeitsplätze, die direkt mit den Lebensmitteln zusammenhängen. Das sehe viel. Und diese Arbeitsplätze wären zum rechten Teil gefördert, wenn es eine solche Entwicklung auch gäbe. Eben, er rüstet sich jetzt noch richtig locker. Er hat gesagt, er plant den Ausstieg, dann sagt er natürlich aber schon, auch als Verdienstwert die Hälfte. Dann kommt er gerade auf seinen 90'000 zu reden, als der Fleischpreis dermassen gesagt ist. Also ein bisschen skeptisch ist er auch, obwohl er durch eine sicher und komfortable Lage hat, kann turistisch auch noch etwas machen, mit Ross und so weiter. Er ist schon ein Ort tätig, wo er wahrscheinlich wenigstens befürchtet hat. Aber eben noch mal, das ist 2010. Also das ist jetzt seit Jahren, bevor der Bundesrat das mit Vehemenz so forderte, wie wir es vorhin geschildert haben. Also ich frage mich, wie kann denn so etwas passieren mit so einer Vorlaufzeit, wo man die Gefahren ja kennt? Man hat natürlich die Diskussion schon rund zehn Jahre. Gerade auch im Rahmen von Freihandelsabkommen mit der USA, Agrarfreihandel mit der EU. Da war vor allem morgen im Z-Mahng Agrarfreihandel mit der EU. Das Thema ist schon länger präsent. Nur, der Hintergrund ist jetzt völlig ein anderer. Der Bromsen-Mürer-Bundesrat war überrascht. Trotzdem ist das ein grosses Thema, weil wir solche Abkommen machen. Aber im Moment ist ja gerade die Weltwirtschaft in verschiedenen Bereichen der USA sehr protektionistisch unterwegs. Freihandel ist kein Thema. Es hat sich auch politisch ein bisschen durchgesetzt, dass Freihandel weniger reich gemacht hat und die Armen zahlreich. Also gerade der Wohlfahrtsgewinn, den es mit Freihandel geben kann, der ist unbestritten, der wird sehr einseitig verteilt gerade in den USA. Und diese Entwicklung hat der Wahlerfolg von Präsident Trump erst möglich gemacht 2016 und dann mit 2017 hat er ja die Politik völlig umgekehrt. Auch so, wie er jetzt unterwegs ist, die grosse Abkommen hat er ja alle gekündigt, verhandelt nicht mehr mit der EU und versucht auch die WTO mit der Scheidsgerichtbarkeit ausser Kraft zu setzen. Und da sehen wir, dass das eine andere Entwicklung ist. Und darum hat der Bundesrat eben auch kein Fundament mit dieser Strategie, die er jetzt bringt. Wie geht es dazu? Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir auf parlamentarischem Weg Ende März die Gesamtstrategie in der Wirtschaftskommission vom Nationalrat diskutieren. Dort ist klar das Ziel, dass wir die zurückweisen an den Bundesrat zur Überarbeitung. Das ist ja der richtige Weg im Parlament. Der Bundesrat will einen runden Tisch machen. Wir sehen diesen Weg nicht im Moment. Momentan eher einen eckigen Tisch. Eher einen eckigen Tisch. Was wir vor allem mit dem diskutieren, ist über Zusammenarbeit und Kommunikation. Unser Problem ist ein bisschen, wenn man einmal da und einmal selbst sagt, haben wir im letzten Jahr sehr viele verschiedene Themen erlebt. Und wir möchten einmal ein bisschen wissen von dem, was gilt im Moment noch? Was sind die Aussagen, die man auch im Parlament macht? Was sind die Werte seitens Bundesrat? Und diese Diskussion muss zuerst geführt werden, bevor wir uns über acht Themen wieder ausserhalb des Parlaments unterhalten. Eben, muss ich sagen, ich bin Ehren. Du bist Landwirt. Im Bildungswesen ist staatliche Subventionierung immer hochgegangen. Landwirtschaft ist eigentlich gleich geblieben. Es gibt auch gar keinen Grund. Nein, also grundsätzlich die Direktzahlungen sind seit über 15 Jahren gleich. Auch im Bundesbudget sind wir der einzige Post, der sich nie mehr nach oben entwickelt hat. Mit dem können wir auch leben. Wir sind grundsätzlich, wenn man die jetzige Höhe von Direktzahlungen und Marktstützungen beinhalten, sind wir zufrieden. Aber wir wollen nicht alle einen Kürzungsantrag vom Bundesrat von 100 Millionen, den er jedes Jahr bringt, auch letztes Jahr wieder. Und da wird alle auf dem Parlament korrigiert. Und man muss das Gefühl, es sei ein bisschen lernresistenter Bundesrat. Auf das kommen wir noch. Mein grösser Problem ist jetzt im Moment, also nachdem ich hundertprozentig sicher bin, du sitzt in den Ohren, irgendwie sitzt er in den Ohren. Also wenn die Lobby gehabt dahinter und die sagt mir, du bist ein schlagkräftiger Bauernpräsident, da hast du mal gesagt, du würdest der Beste sein, oder? Jetzt hast du wirklich ein Päckchen verrutscht, oder wo du wirklich musst zeigen, dass etwas so läuft. Was mich für mich interessiert, wenn jetzt angenommen, dass etwas läuft, sind die Bauern dann halt weniger motiviert, schlägt das auch auf die Lebensmittelqualität aus, oder wie ist das? Also das ist eigentlich das Allerschlimmste, was wir haben. Die Informationen vom Bundesrat, und wir haben die auch dann noch richtig entsprechend ausgedeutscht, dass der Bauer versteht, was es bedeutet, und was es geschlagen hat, die belastet natürlich die Bauernfamilie noch schon. Und das Schlimmste ist, Alltag wäre die Entscheidung gefällt, auf unseren 52'000 Bauernhöfen führen wir den Betrieb weiter, lernt eine Töchter oder ein Sohn, wie der Landwirt, und wenn natürlich der Nachricht kommt, dann ist das Gift für die Landwirtschaft, da gibt es sehr viel Unsicherheit, Bereitschaft zum Aussteigen, Bereitschaft zum Betrieb nicht weiterführen, wir haben jetzt schon Tausend, die alle aufhören, die steigt, und das ist einfach sehr schade. Das sind irreparable Schäden, und das macht von mir als gesagt der Bundesrat fahrlässig. Eben, und da steckt kein Geiss weg, also die kleinen Bauern verschwindet, die grösseren werden vielleicht nicht ärmer, sondern es verteilt sich vielleicht dann auf die. Aber die Lebensmittel natürlich unter jeglicher Optimierung leiden wahrscheinlich qualitativ auch, vermute ich. Das ist ja meine Vermutung. Ja, vor allem, wenn wir jemanden importieren, weil wir vor allem, wenn die nachhaltig produzierte Lebensmittel, die eben auch ökologisch und soziale Standards eine grosse Bedeutung haben, da gibt es verschiedene Initiativen, die in diese Richtung kommen, und wir in diesem Jahr werden darüber abstimmen, auch mit der Schweizer Bevölkerung. Und das wird das grosse Thema sein, wenn wir einen fairen Handel, gerade bei den Lebensmitteln in der Schweiz und weltweit, oder wenn wir einen freien Handel. Das wäre die Frage gewesen, die die Bevölkerung die Asien auch beantworten kann. Und ein fairen Handel ist nicht möglich, wenn ihr eben als Partner fair behandelt werdet, vom Bundesrat. Das ist ja noch umso schlimmer, der Bauernpräsident müsste nicht unbedingt Nationalrat sein. Du bist spätestens, also der Kontakt wäre relativ einfach zum Suchen gewesen, oder? Ja, grundsätzlich schon. Es ist ein grosser Vorteil, wenn man im Nationalrat ist, und wenn man auch in der Wirtschaftskommission ist, dann kann man da relativ glasse ankommen. Bei uns muss der Bundesrat wenn wir das Geschäft traktandieren, wie wir das jetzt mit der Strategie machen. Dann laden wir den Bundesrat ein, dann stellen wir Fragen und können den Bericht auch zurückweisen. Und das lässt uns auch relativ glasse sein. Also wir wollen nicht nervös werden, sondern wir wissen, durch diese hohle Gasse muss er kommen und dort sind wir dann geröscht und warten und suchen dort Gespräche mit ihm. Wie gesagt, ich bin Laie, aber natürlich festgestellt, auch in meiner Umgebung, als die Bauern aufgehört haben, in einem Sockey sitzt das Grabs im Studio drin, ganz nebendran hatten es wirklich junge Bauern, die sagten, lieber das Grim pflegen dort beim Golfplatz, also so auf diese Art und Weise weitermachen. Mein Schwager in Kärnten ist lange, lange sonst gearbeitet, hat keine Familie, ist dort allein verdient, hat dann viele Wahlen und solche Sachen, aber eben, ein Verdienst ist extrem schwierig und so kann es ja eigentlich nicht weitergehen, weil die Landwirtschaft ist ja für uns schon sehr, sehr zentral. Habt ihr, als ich gesagt, faire Handel, habt ihr einen Vorschlag, also, was ihr machen würdet? Du zeigst euch eindeutig kompromissbereit, das zeigt sich eindeutig. Es ist mir jetzt auch stummt, dass du sagst, dass man mit dem Loch mal leben kann. Das ist nicht viel. Rechnet das doch mal aus, 47'000 durch eben 2'600 Stunden. Dann weiss nicht so sicher, ob wir dann zufrieden wären mit dem, wenn wir morgen fünf, fünf Stunden irgendwann mal ins Bett gehen. Also nochmal 2'600 Stunden haben wir dann schon viele Wochen Ferien gekassiert, bis der Bauer dann auch mal in die Ferien kommt. Also eben, du bist ja kompromissbereit, also siehst du da die Möglichkeit für einen fairen Handel, was du ihm kannst vorschlagen. Also ich glaube, du sagst, man sind vorschlagen nicht, aber... Also grundsätzlich alles, was wir machen, ist offen und transparent. Wir wollen nichts in der Hinterkammer machen. Wir haben eine klare Vorstellung, wie man den Handel weiterentwickeln muss. Die Weiterentwicklung vom Handel steht immer im internationalen Kontext. Und wenn wir die Entwicklung jetzt anschauen, stellen wir fest, dass die WTO komplett blockiert ist. Also multilaterale Abkommen, wo viele Länder miteinander etwas abmachen, das wird im nächsten Jahr nicht kommen. Die haben riesen Mühe, sich überhaupt noch auf irgendetwas zu einigen können. Man wäre in denen noch den bilateralen Weg haben, wo einzelne Länder, also die Schweiz mit einem anderen Land etwas abmacht, um den Handel zu vereinfachen. Und da gibt es einen grossen Unterschied zu der EU und das ist unsere Chance. Und da probiere ich Rampf auf dem Bundesrat zu erklären. Vielleicht schafft es das da irgendwann zu begreifen. Die EU ist ein grosser Agrarnettoexporteur. Die EU exportiert sehr viele Lebensmittel und hat kein Interesse, zum Beispiel mit den südamerikanischen Staaten Freihandelsabkommen zu machen, wie sie Lebensmittel exportieren. Brasilien, Argentinien, Paraguayien wollen auch Lebensmittel exportieren. Und da ist ein grosser Kampf. Die Schweiz ist aber ein von den grossen, vor allem wertmässig grossen, Nettoagrar-Importeuren. Wir haben 40% von unseren Lebensmitteln, die wir brauchen, importieren. Denn in der Schweiz hat sehr viele Wald und Alper und Steine und Felsen und wenig Kulturland. Und da haben wir Möglichkeiten, um einzelne, man sagt, einen Vorzugskontingent in den Ländern zu geben und sagen, wir können uns 1'000 oder 2'000 Tonnen Fleisch oder etwas liefern, ohne dass das den Bauern wehtut, weil wir sowieso riesen Mengen importieren. Und das Konzept wäre, dass du bei den Grenzschutz hier belastest, das Band, nicht wie der Bundesrat will, da um 30% bis 50% runtersetzen. Mit dem nimmst du dir deine eigene Verhandlungsfähigkeit und Manövriermassen. Sondern dass du sagst, wir haben den Zollschutz, WTO-konform. Und dann sagst du, mit den und den Staaten kann ich da etwas geben, kann ich da etwas geben, kann ich da etwas geben. Wir können jedes Jahr 140'000 Tonnen Fleisch importieren und da wären Möglichkeiten auch zum Beispiel mit Mercosur Lösungen zu finden. Aber man muss das System verstehen. Das ist wichtig, dass man sieht, wie funktioniert das. Und die Schweiz hat da eben Möglichkeiten, zum guten Abkommen zu treffen. Das wollte ich extra so nicht sagen. Aber wenn du immer denkst, die Landwirtschaft ist einfach ein Savort, aber die hat doch unglaublich viele Facetten, unglaublich viele Sachen, die man wirklich verstehen muss. Und manchmal möchte das nicht nachtreten. Ich habe einfach das Gefühl, auch im Parlament verstehen einfach ein Haufen, Haufen überhaupt nicht über das, was sie noch abstimmen. Ja, im Parlament ist klar, da hast du am Schluss wenige, die die Geschäfte auch führen. Das ist so, wir reden da gut miteinander und das ist die Chance auch von der Landwirtschaft. Für uns gibt es nicht gute und schlechte Parlamentarier. Der Schweizer Spurenverband ist seit 1997 parteipolitisch neutral. Für uns sind alle Konsumenten und Konsumenten gleich viel wert, ob es links oder rechts wählen. Für uns ist wichtig, dass wir mit allen kommunizieren können, dass uns die Leute verstanden und dass wir alle als unsere Kundinnen und Kunden anschauen. Und das ist auch der Erfolg im Parlament. Und darum können wir von der SVP bis zur SP mit allen diskutieren, Gespräche führen. Und die Mehrheiten, die man zurzeit findet, die wären immer breiter, die wären nicht schmälert, die wären breiter. Und der Bundesrat hat immer eine kleinere Basis, wo noch ihm seine Politik versteht und das ist sein Hauptproblem. Und darum können wir da mit einer relativ guten Argumentation und vernünftig jetzt ins Parlament in die Diskussion tragen. Ja, also das ist natürlich eben schon so eine schwitze Sache. Also ich denke mir manchmal auch im Bereich Bildung, frage mich manchmal auch, wer macht denn die Lehrpläne usw. Also ich habe einfach das Gefühl, ja, wäre vielleicht gescheiter, man hätte auch mal an der Basis ein bisschen nachfragen. Ich möchte jetzt einfach gleich nochmal schnell etwas zeigen, nochmal schnell den Markus weiter, wollen wir da? Mein Gott, das ist jetzt aber nicht mehr gleich das Neuste. Nein, das ist ebenfalls etwa 5-jährig, das Bild, die sind schnell grösser geworden, die jetzt wie vorbe, aber den Rapid Spezial haben wir natürlich noch. Nicht mit Hydro-Staat. Täglicher Einsatz. Was wir gemacht haben, wir haben Adrian, der Eltern, ist die Lammenscheinene Mechaniker, die Ausbildung hat er bereits fertig, und der hat jetzt dort im Werkzeugkästchen eine Batterie montiert, also wir haben jetzt mit Batteriezündung wieder Rapid Spezial starten, da hat er einen Monkel, der 88 ist zu lieb, weil er nur mit einem Seil starten konnte und jetzt hat er Batterie startet, er schätzt das sehr. Du hast lange Jahre, du bekommst steuer, aber wenn wir auch ein bisschen kurze Jahre, man kommt um die Kurve herum und schalten muss dann auch. Aber eben so Hydro-Staat und Därkstüge hast du da oben nicht. Nein, das ist ein Schirr, den wir einfach täglich brauchen. Wir haben natürlich auch Traktoren, das ist klar, das ist wie so ein Cabriolet zum Ausfahren am Sonntag. Ja, und glücklich sehen sie aus, oder? Ja, das ist der Mitarbeiter, den ich jetzt vier Jahre bei Müsche arbeite. Das ist ganz ein toller und fleissiger Mann. Ja, und eben. Und dann geht es dann wieder ab, oder nehme ich an, sind wir bald? Ja, am nächsten Montag, Dienstag ist bereits wieder die Wirtschaftskommission, da fängt die parlamentarische Arbeit wieder an und dann Ende Februar und März ist dann Frühlingssession. Und hast du die Unterstützung? Du bist natürlich Wirtschaftsingenieur, du verstehst natürlich das von der Scholle weg, aber mit Bierbrauen, nein, Bier hast du ausgeführt, nicht braut, aber früher mal, vor 22 bin ich schon mal mit Bier rumgefahren, bist du schon viel mit Leuten in Kontakt Akku, da hast du Kommunikation gelernt, da hast du die Landwirtschaft von der BKA gelernt, hast du dann auch studiert usw. Es ist hochkompliziert. Hast du das Gefühl, dass Basel, das du hier im Schnellzugstempo so einmal offerierst und darstellst, das verstehen deine Kolleginnen und Kollegen im Parlament, auch auf das, dass es dann unter Umständen zu einer guten Lösung kommt? Ich glaube, wir können das gut erklären. Bei jedem Geschäft sind es eine Handvoll Leute, die in der Tiefe bearbeiten und wir diskutieren gut miteinander. Man muss auch zuhören, was die anderen Vermeinigen haben. Es ist auch so, dass manchmal ganz gute Ideen von anderen Seiten her kommen, die man bereit ist, um aufzunehmen. Die guten Lösungen gibt es immer nur im Gespräch. Dann dürfen wir hoffen, dass wir in der Schweiz weiterhin hochqualitative Nahrungsmittel haben. Wir müssen nicht fürchten, dass dies und jenes, das man auf dem Ausland gehört hat, genau wegen der Produktion, dann auch dies und jenes an Lebensmittelqualität wirklich deutsch und klar verreckt und auch nicht ungefährlich ist, dass wir das nicht mehr in Kauf nehmen. Das ist richtig. Das Volk hat am 24. September letztes Jahr einen klaren Auftrag mit der Ernährungssicherheit gegeben. 78% haben gesagt, ja, wir wollen da und möglichst Schweizer Produkte, gesunde, regionale Lebensmittel, die auch in einer wunderschönen Landschaft produziert werden. Ich glaube, dieser Auftrag ist jetzt klar und man braucht noch eine Erklärung am Bundesrat, aber das kommt schon gut. Was haben wir? Der 5. Januar? Nein? Auf jeden Fall Anfangs Januar. Übrigens ein gutes Neues, ich habe vergessen. Ja, danke, schlafen. Und dann kann man sich immer noch etwas wünschen. Was ist den grössten Wunsch? Das ist meine nächste Frage. Ja, ist sicher so. Für unser Land wünsche ich mir, dass es allen gut geht, dass wir uns weiter positiv entwickeln, aber vor allem, dass wir kompromissfähig bleiben, in der Diskussion bleiben, Lösungen finden, in den verschiedenen Reformproblemen, die wir haben, über die Landwirtschaft. Und ich glaube, das arbeiten müssen wir. Wir wollen nur alle wollen und zusammen reden miteinander. Und ich wünsche mir, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dass ihr wirklich Interesse für die Landwirtschaft auch Verständnis für die Landwirtschaft in diesen Kommentaren gelesen musste. Ich musste zum Teil feststellen, ob so viel Verständnis ist nicht da. Wir müssen vielleicht mal selber schauen, selber mit Landwirten reden. Landwirtschaft, das ist wirklich für uns etwas sehr, sehr Wichtiges. Und die Landwirte opfern sich zum Teil wirklich auf, eben genau für unsere Lebensmittelsicherheit. und die Landwirte